Willkommen bei profischnap.de. Ein neues Format habe ich mir einfallen lassen und zwar möchte ich Ihnen monatlich einen Rundgang gewähren hier durch unseren Showroom und den Schnäppchenkeller von profischnap.de in 72186 Empfingen, denn wir liegen eben nicht in der Mitte von Deutschland und deshalb kann eben auch nicht jeder zu uns kommen. Aber Sie können dann einmal im Monat sehen, wie es bei uns aussieht und damit sind Sie wie live dabei. Okay, heute ist der 22.06.2021. Die Stimmung bei uns ist hervorragend und ich zeige Ihnen, wie es ausschaut. Hier eine neue Wohnszene zum Start im Eingangsbereich. Sie sehen, wir haben hier uns ein bisschen was einfallen lassen. Weiße Sofa mit Gartenzwerg und mit einem Venjakob-Tisch in Pink. Was Tolles, was Einzigartiges, was, wo sich nicht jeder traut. Und hier dann eine Keunur-Ecke. Otis, eine Omega-Art, immer wieder durchstreut mit schönen Esstischen. Zugegebenermaßen, der steht schon ein bisschen. Hier eine neue Garnitur Maxwell von Keunur, ganz designig, ganz designorientiert. Und der Klassiker von Schillig, William in Lederweiß mit einem schönen Venjakob-Tisch. Schauen Sie sich mal die Venjakob-Tische an. S-Gruppe, S-Gruppe. Hier haben wir Platz gemacht. Hier wird heute Abend eine neue Garnitur aufgebaut. Softie von Schillig, übertief, zum Launchen, ganz neu gekommen. Und hier die bekannte und berühmte Garnitur Harriet mit Holzschadthose von Keunur zum halben Preis. Das Miro von Willi Schillig frisch gekommen mit Inkliner. Und hier eine Eckgarnitur, die zeige ich nachher. Hier Relax-Sessel. Da sind wir immer stark. Von Himmola, von Hukla, von Keunur, von Willi Schillig. Und mein Stolz, die Garnitur hier, heißt Monroe, ist verschiebbar, drehbar, Rückenverstellung, in der Neigung und in der Höhe. Alles kann die in einem Anilin-Leder, leicht angeraut, Jeansblau. Garnitur kostet weit über 11.000 oder 12.000 Euro bei uns, 5,99. Und jetzt zeige ich Ihnen gleich im zweiten Teil unseren Schnäppchenkeller. Bleiben Sie dabei. Dankeschön. Ja, Teil 2 unseres Videos. Jetzt werden wir gleich in den Schnäppchenkeller gehen und Sie werden sehen, was wir hier Neues haben. Kleinigkeiten gibt es immer, wie zum Beispiel dieses Stuhlset von Willi Schillig. Für 4, 4, 4, 4 oder hier tolle Couch-Tische von Venjakob-Beistelltische in Keramik oder in Glas zum Bruchteil des regulären Preises. Aber jetzt sehen Sie, was wir hier unten angestellt haben. Ganz neu hier, Himmola-Ecke und auch noch zum Superschnapp von 3, 3, 3, 3 bis Monatsende mit Soundbar, mit Herzwaageposition. Alles drin, alles dran und ein ganz toller Sessel von Willi Schillig in Ledergelb. Ja, wer traut sich Ledergelb? Das muss man sich trauen. Das ist was Besonderes. Ich muss Sie enttäuschen, dieser Sessel ist verkauft. Bänke. Bänke sind wir gerade ganz stark. Hier werden heute noch zwei Bänke aufgebaut. Und ich zeige Ihnen, wo wir noch Bänke haben. Hier haben wir noch Bänke. Da stelle ich sie mal kurz ab. Kann man nicht machen. Nein. Jetzt stelle ich sie nicht ab. Hier alles voll Bänke. Von K&W, von Coinore. Schauen Sie mal durch. Ganz tolle Sachen. Sofa-Gruppen sind wir ein bisschen schwach im Moment. Wird aber immer weniger gefragt. Hier haben wir Kombinationen. Zweier Longchair. Zum Beispiel da hinten die Francis. Ganz tolle Gruppe. Oder die Alpha. Ganz tolle Gruppe. Hier eine Francis in Leder Schwarz von Coinore mit allen Verstellungen, die Sie sich vorstellen können. Und hier ein Knaller von Willi Schillig. Das Modell 244, glaube ich, mit elektrischer Sitz aus. So, wir schauen mal, was das Ding kostet. Uh, 2,95 Euro. Ein Bruchteil dessen, was Sie normal bezahlen müssen dafür. Ja, ich zeige mich mal wieder bei Ihnen. Hier sitze ich drauf. Ja, nicht richtig eingehängt. Aber bei Ihnen zu Hause ganz sicher richtig eingehängt. Schnäppchen bei Profi-Schnap.de gibt es genau einmal. Jedes Schnäppchen einmal. Und wenn es weg ist, ist es weg. Deshalb, schnell sein ist angesagt. Hier haben wir eine Portion Sofas. Immer stark sind wir in Sofas, Einzelsofas. Kombinieren Sie ein Einzelsofa mit einem Relax-Sessel oder mit einem normalen Sessel. Oder mit einem zweiten Einzelsofa. Hier gibt es ganz tolle Stücke. Zum Beispiel die ganz frisch gekommene Chessel-Long von Willi Schillig für die Kollektion Will, Roy & Boch. Oder hier, Willi Schillig Softie. Auch ein tolles Stück. S-Gruppen habe ich hier unten jetzt gar nicht erwähnt. Sie sehen, wir sind sehr kreativ unterwegs. Wir kombinieren gerne. Aber Langeweile braucht kein Mensch. Das ist mein Motto. Hier, liegen, 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 liegen. Wow. Und chill. Beides in Menge, gerade da. Und Bettsofas. Ja, Sie finden bei uns wirklich jeden Tag eine neue Auswahl. Couchtische haben wir hier. Wenn hier auch Jakob-Couchtische sind, noch nicht so toll angekommen. Wir finden sie alle klasse. Schon zwei Mitarbeiter haben was gekauft. Wird schon noch kommen. Hier unsere Stornoecke. Stornoecke heißt Dinge, die schon verkauft waren und jetzt wieder zur Verfügung stehen, weil der Kunde es doch nicht wollte. Hocker, Sessel, Relax-Sessel. Das sind hier unten eher die manuellen Relax-Sessel. Weil die anderen stehen ja oben. Hier haben wir nicht so viel Strom. Schöne Sessel zum Kombinieren. Dieser weiße zum Beispiel. Oder dieser hier. Ja, da kann ich Wohnwert schaffen. Oder hier dieser in Safran von Willi Schinig. Hier durchzustöbern ist eine Lust. Und alles, was Sie hier sehen, alles, was ein Preisschild hat, finden Sie unter profischnapp.de. Deshalb, schauen Sie konkret durch. Wenn Sie was finden, rufen Sie mich an. Fragen Sie mir Löcher in den Bauch. Dieser Sessel wird heute noch eingepackt. Und dann können Sie zuschnappen, wenn es das richtig ist. Und wenn nicht, auch okay. Warten, stöbern unter profischnapp.de slash Neuheiten sehen Sie jede Woche was Neues da ist. Und werden damit verwöhnt. Nicht jede Woche, sondern jeden Tag. Korbstützen. Wer braucht Korbstützen? Jeder braucht eine Korbstütze. Weil jeder braucht es bequem. Und jetzt gehen wir nochmal hoch. Und ich sprinte hoch mit Ihnen gemeinsam. Zack, 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 zack. Kissen, habe ich nicht erwähnt. Hier sind die Kissen. Eine neue Ecke von Vidi Schillig. Ein Storno mit zwei Schnitten, welches ich frisch fotografiert habe und reduziert habe. Fotofläche ohne Licht gerade. Diese Drehstühle werde ich nachher noch fotografieren. Ich habe mich erwärmt, aus 7.3 zu machen. Und dieses Bettsofa werde ich neu fotografieren, weil ich mit der Sofa-Qualität nicht zufrieden bin. Hier hinten werden wir heute Abend komplett leer machen. Da wir am Donnerstag einen LKW voll frischware erwarten von einem neuen Hersteller. Designwerk mit attraktiven Stoffgarnituren. Einzigartigen Dingen, die die Welt braucht. Meine Damen und Herren, das war der Showroom und der Schnäppchenkeller von ProfiSnap.de am 22. Juni 2021. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lutz Reinhardt von ProfiSnap.de Und bitte. und dann. Wir können uns aufmerksam machen.